Die Endermänner sind sich wieder hin und her teleporten. Oh, Regen, nass, Hilfe! So ungefähr. Oh, geil, der Zombie hat gerade eine Karotte fallen lassen. Ja, jetzt haben wir genug Karotten. Weinen wir mal. Aber ich denke, da mal so gegen sechs werde ich dann auch. Ja, sag ich doch. Ist ja nicht mehr so lang. Ja, muss ja noch nicht von Abschluss sprechen. Wir können auch von Abschluss sprechen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Minecraft Alkohol gibt. Ich würde eher sagen, nein. Dann würde ich sagen, dann warten wir mit der Windmühle bauen, bis dann die nächste Aufnahmesession losgeht, oder? Jo. Weil oben der Platz ist dann soweit vorbereitet. Ich werde da jetzt noch ein paar Fackeln raufstellen, erst mal, damit da nicht mehr so viel rumläuft. Ich brauche mal zu futtern und leben. Ich habe hier gerade voll auf den Sack bekommen, im Wald. Ah. Da kam so einiges auf mich zu. Und hier ist eigentlich relativ ruhig. Eine Spinne habe ich bis jetzt gehabt. Und ein Zombie. Boah, ich habe irgendwas teleporten gehört. Ja, bestimmt wieder ein Enter, man. Ja, sicher. Ja, bestimmt. Aber ich bin gerade im Keller von meinem Haus. Hm. Ist nicht so angenehm. Oh. Ich habe unser Raumschiff gefunden. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Wovor? Kann man wieder was aus der Tür? Der Enderman, der steht bei mir in der Bude. Oben. Ich habe mich gerade regelrecht erschrocken, Alter. Der will aber auch nicht weg, ne? Der rennt andauernd nur hin und her im Haus. Oh, bei mir steht ein Zombie vor der Tür. Hallo, Zombie. Willst du ihn nicht reinlassen? Dem ist doch nur kalt. Warum? Ich lasse ihn ja gerade rein. Habe ihn gerade schon reingelassen. Na, willst du einen Kaffee? Nee. Okay, dann. Tschüss. Steht der Nächste vor meiner Tür? Oh, ne Goldrüstung. Soll er mal fallen lassen. Und der Nächste kommt durch die Tür. Nein, er hat nix fallen lassen, du Fromo. Nur sein blödes Fleisch da. Oh, Creeper vor meiner Tür. Die wollen alle zu dir rein, ne? Gibt es da was Besonderes? Ey, dieser scheiß Enderman, der will nicht weg. Wo ist der? Der ist bei mir oben und am Dach. Wenn du oben bei mir von der Treppe aus kommst. Von der Brücke aus. Enderman, Enderman. Der macht andauernd schön auf und zu. Ja, weil ich dort drinnen die Druckplatten hab. Vorher muss ich mich um die Scannette kümmern. Der kommt alle zwei, drei Minuten raus, hat Pleite auf, weil es zu regnen. Enderman hüpfen hier und dort und überall. Sie sind immer da, wenn du sie nicht brauchst. Das sind die Enderman. Da hast du recht. Puh, da war grad vor deiner... Oh, da ist noch einer. Zombie, Creeper. Creeper, zwei Creeper. Zwei Creeper. Gott, der eine hat mich fixiert. Hä, bist du bei meinem Haus? Einer down, zweiter down. Meine XP. Sehr nice. Hast du noch einen Eimer? Nee. Einen Eimer hab ich nicht. Super, jetzt hat er auf wieder zu regnen, ne? Jetzt brauchen wir mal, dass der Enderman gleich weg ist. Wollen wir ihn mal besuchen? Äh, pass auf, der steht hier unten die Treppe runter bei mir. Rechts von dir. Glaubst du dich um die Treppe runter, um ihn anzugucken? Beiseite geschubst. Wollen wir mal? Ja, klar. Wer? So ein Affe! Wer, auf wen hat er jetzt gefickt? Wo weiß ich mich? Guck mal raus. Oh, der ist da draußen, der ist da draußen. Wo, bei dir? Ja, ja. Bei der Kirche. Wir einen, herbei. Ich versteck mich. Was? Ah, wir haben gerade gesehen. Der hat dich gefixt, ne? Ja. Sieh mal? Sneak Attack. Der war da gerade noch. Wo hat er sich hingeportet? Wehe, der ist jetzt in meinem Haus. Oh, ich habe gerade was gehört. Ja, der steht am Feuer. Am Lagerfeuer. Jetzt hat er sich wieder weggeportet. Der ist voll in Aufruhr. Da hinten ist er. Geradeaus weiterfällig. Ja, lass es jetzt mal. Ich brauche jetzt... Ui. Warte. Ach, Simon. Der rennt dir hinterher? Der rennt. Runter denn jetzt? Weg. Auf dem Dach. Oh, er rennt da auf dem Dach. Ui, hier ist er. Du hast mich nicht an... Alter. Da hinten. Der verarscht uns nach Strich und Faden. Ah, hier. Vor dir, Felix. Und wieder weg, oder? Der schreit sogar rum hier. Komm raus! Bist du ein Single? Wo waren der gerade? Keine Ahnung. Irgendwo schreit er. Da hinter dir, Felix. Ja! Gekillt? Ja, wo der Klasse der Malina früher gekillt. Aber da ist noch einer irgendwo. Zumindest hat sich das so angehört. Hm. Egal. Dritte Ender-Perle. Und eine Musik-Dist. Alles Neues. Alter. Da hat mir tut auch gerade mal ein bisschen dahinter weh. Ab zum Tower. Halt, ich soll da meine Rüstung vielleicht mitnehmen, wenn ich die verzaubern will. Wer von Vorteil. Bist du was? Ich werde mir jetzt ein Eisenschwert bauen und das werde ich dann auch mal verzaubern. Oder? Kannst du machen. Sobald hat er natürlich gleich ein Stickman. Haben wir hier noch einen? Und einer. Und meine Rüste holen. Und raus da. So. Da muss man einfach nur auf Zufall was machen, ne? Oder? Ja, kommt noch drauf an, wie viele Level du da reinstecken möchtest. Das siehst du ja. 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 Ich muss das in der Hand haben, weil ich vertrauern will. Das musst du reinsetzen in den Zaubertisch. Unten rein, ne? 18, maximal. Ja, du kannst das auch wieder ganz kurz rausnehmen und dann gleich wieder reinlegen. Dann werden die anderen angezeigt. Achten. Ja, dann wird es wohl sein, weil wir zu wenig Dinge haben. Zu wenig Tüche. Äh. Dinge. Was? Ey. Eisenschwert. Verbrennung 1. Rückstoß 1. Verbrennung ist nice. Rückstoß ist nicht so geil. Außer bei Creepern. Dann brennen die dann alle oder was. Cool. Ja. Warte mal, ich habe doch hier noch eins, was noch fast, was gerade einmal benutzt wurde. Das wäre ja, na gleich mal. Ding. So, über. Was machen wir jetzt die letzten 5 Minuten? Wo wollen wir uns dann treffen? Oh, Schärfe, Verbrennung und Plünderung. Was, hast du jetzt auch ein Schwert? Na ja, eins ist fast down und dann hatte ich eins, was angekratzt war, ganz kleines bisschen. Und das habe ich mir jetzt entschieden, war ja noch und ist durch. Hättest an sich auch beide Schwerter vereinen können zu einem ganzen. Was? Zu einem ganzen Schwert. Zu einem Schwert, das ganz ist. Na super, das sagst du mir jetzt. Naja. Aber das ist mal geil. Schärfe 2, Verbrennung 1 und Plünderung 1. Schärfe 2 ist gut gegen Zombies. Weil Schärfe gut gegen Zombies ist. Oder, warte mal. Wo war das? Warte mal. Oh, Schip. Ach, nee, Schärfe ist Sharpness. Man kann was nicht? Treppen kann man nur mit Cobblestone. Äh, ja. Mit normalen Stone geht's irgendwie nicht. Okay, ja, doch. Schärfe hat einfach mehr Attack Damage gegen. Stimmt. Das war ja Sharpness. Smite war ja... Schau mal. Ja. Smite war das gegen Zombies. Ich hab jetzt Porno-Mocke im Hintergrund. Und ich spring nur noch überall hin und her. Öfter so bei mir gegen Ende der Aufnahme. Hm. Ja. Ja. Ich geh zum Grill-Platz. Ich geh zum Grill-Platz. Tu das. Da wird der Grill-Geschmack. Ich geh zum Grill-Platz. Wir feiern Steak-Night. Oh, nom, 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 nom. Was denn? Ich bin voll, ich kann nichts mehr essen. Muss nicht so gut sein. Ja, ich wollte mir so eine schöne Kartoffel reinschmeißen. Hm. Nice. Aha. Wessen Bauwerk siehst du dir gerade an? Naja. Komm, Simon. War doch einfach nur eine Frage, ob ich mir so langsam den Namen gemerkt habe, oder? Nee, nee. Nee. Ja, ja, ja. Das sein kann. Er baut sich hier einen Swimmingpool, oder was? Ja, logisch. Ja, das sein kann, dass du beim Jonas bist. Komm, daneben kommt noch eine Sauna. So viel zum Thema. Ne? Nein. Scheiß, Schmitz, okay. Ne, super, ich hab meine jetzt gerade raus. Ich brauche ja, ich hab ja selber eine. Achso. The fuck? Achso, ich hab gerade in den Berg geguckt, deswegen hab ich... Ah, ist dunkel. Schöner Swimmingpool. Mhm. Kann man nehmen. Ähm, soll ich hier im Wald da an den Bäumen eine Fackel mal hinhängen ab und zu für Nacht? Ja, jetzt kann man eh machen. Ja gut, wir werden jetzt dann eh Aufnahme beenden, oder? Ja. Deswegen stehe ich auch am Grillplatz. Ich komme aus dem Grillplatz. Grillplatz. Hat ein Grillplatz. Hat ein Grillplatz. Kerze und Tisch. Warte mal. Ah, noch eine. Na, passt, oder? Ach, schön. Unser Grill. Haben wir noch irgendwas, ja. Also braten wir mal ein bisschen Fleisch hier. Rotten Flash, mhm, schön. Das will irgendwie nicht. Land hat mal drauf jetzt. Genau. So, ja, Felix, wenn du jetzt da bist, dann können wir jetzt hier so schön mit dem... Schau mal, du musst hier herkommen. Ich wollte den geilen Trauer im Hintergrund haben. Ja, ne, den, äh, er kann da auch keinerlei das mit reinlegen, weil das würde sich mit dem anderen zusammentun. Verbinden, ja. Achso, wegen Block, ne? Aha, okay. Ach, unser geiler Grill. Ja. Finde ich wirklich cool. Haben wir gut gebaut. Habe ich doch eine gute Idee gehabt, oder? Ja. So, das war eine nice Idee, Mann. So, ich hüge mich hier hin. Nice Idee. Ich will den Turm im Hintergrund haben. Achso. Ah, nice. Und du musst da drüben hinlegen. Ja, das ist eine gute Idee. So, ducken. Das ist richtig gut. Was ist am unten? Hä, was, wo bin ich hier? Hä, das ist nur ein Spiel? Da oben ballert ein Schwein rum. So. Ja. Wann mal. Boah. Aber nice. Was hast du da runtergebrochen? Potato. Meins. Ja, ich probier mal das Fleisch. Potato. Nee, das muss ich mal mit da reinwerfen. Alter, das ist unsere Brennkammer für Müll. Blub. Oh, blub. Wann ich brauchen, kommt da rein, wird verbrannt. Oh, wieso kann ich nicht mal? Erst hat's gegrillt und dann hat's gebrannt. Landet mal da auf dem Grill, bitte. So, gut. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus der... Wie heißt das in der Dorf? Gute Frage. Wir verabschieden uns aus. Gute Frage. Mit der nächsten Meinung. Und dir fällt gleich ein Schwein auf den Kopf. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Servus. Vielen Dank.